Nicht alles, was nach Fisch riecht, ist auch ein Fisch. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wir hatten ein kleines Problem. Wenn man die Maustaste bzw. Enter gedrückt hält, wird die Animation schneller abgespielt. Und dieses Problem habe ich natürlich mittlerweile gelöst und wir werden uns in diesem Video um die Lösung dieses Problems kümmern. Ich hatte lange überlegt und rumprobiert, woran könnte das liegen, weil ich muss ehrlich sagen, ich wusste das nicht. Aber es gibt, wie mir jemand im Discord-Server vom Forum verraten hat, eine Fast-Forward-Funktion. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und den Tipp hat er mir gegeben, wey ney, wey ney, ich glaube wey ney, wey ney, ja wey ney. Und da gibt es tatsächlich eine Fast-Forward-Funktion und die müssen wir natürlich jetzt leicht abändern, damit das nicht passiert. Hier steht es auch, Input ist long-pressed, okay, also Enter, Leertaste, gedrückt halten. Oder, hier das Zeichen steht für oder, also die beiden Striche, oder Touch-Input ist long-pressed, also auf gut Deutsch mit der Maus oder auf dem Smartphone dann lange gedrückt halten. Und dann werden, ähm, Animationen schneller abgespielt, um, zumindest solange ein Autorun-Event existiert. Wir haben hier ein Autorun-Event. Das Problem ist aber, wenn ich es jetzt zum Beispiel auf Parallel stelle, dann haben wir das Problem nicht mehr. Kann ich jetzt kurz demonstrieren. Dann haben wir das Problem nicht mehr, ich kann jetzt die Maus gedrückt halten. Und es passiert nichts. Das, also, aber das Problem ist, wie ihr seht, kann ich jetzt auf der Map rumklicken und die Figur, ähm, rumlaufen lassen, auch wenn sie unsichtbar ist. Und dann kann ich auch andere Leute ansprechen, etc. Gut, ich könnte jetzt hier einfach das, ähm, Game Over rauslöschen und dann kann ich die Figur nicht ansprechen, aber diese weißen Vierecke stören ja trotzdem. Außerdem könnte ich dann auch mit Escape das Menü öffnen. Na gut, das könnte man auch wieder deaktivieren, das wäre ganz einfach. So. Ähm, und das geht bei Autorun-Events natürlich auch nicht. Und da wir das, ähm, alles nicht wollen, lassen wir es auf Autorun, aber wir wollen auch nicht diese Fast-Forward-Funktion. Wer diese haben möchte und es nicht stört, ähm, kann dieses Video überspringen. Und alle anderen können jetzt einfach mal zugucken, wie ich das Problem löse. Ist eigentlich ganz simpel. Wir, ähm, werden uns ein kleines Plugin schreiben, mal wieder. Ihr könnt es aber auch in der Videobeschreibung runterladen. Ihr ladet einfach ganz normal, ähm, diesen Fisch im Rock, äh, die Fisch im Rock-Sip nochmal neu runter. Und, ähm, Plugins-Ordner wird dann noch ein drittes Plugin drin sein. Das, was wir jetzt gerade schreiben, mehr oder minder. Gut. Wir werden uns das jetzt zusammen schreiben. Ihr ladet euch das runter. Überspringt einfach im Video den Teil, wo wir uns das selber schreiben. Und setzt dann dahinter einfach an. Denke mal, das sollte jetzt soweit verstanden sein. Also überspringt einfach mal kurz ein kleines Stück vom Video, wenn es euch nicht interessiert. So, wir gehen in den Spielordner öffnen. Ähm, bei JS wieder Rechtsklick mit Code öffnen. Und zack, da haben wir es. Ähm, das Willkommenfenster können wir zumachen. Das brauchen wir nicht. Und dann haben wir hier, ähm, hm, 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 unseren Maus Movefix und unseren Skip Title, beziehungsweise Skip Title Screen, der hier ist ja der, den wir selbst geschrieben haben. Und das ist der, ähm, Original aus dem Ordner. Gut, aus meiner SIP. Wir gehen auf Plugins, machen wieder Rechtsklick, neue Datei und nennen es no fast, oh, wie wird das jetzt geschrieben? Fast forward, ist das richtig? Ich gucke nochmal. Ähm, ich habe das natürlich jetzt nicht offen. Ach, ich finde das gleich raus. Ah, und nochmal umbenennen. Punkt JS natürlich. Punkt JS. Nicht vergessen. Ähm, no fast forward. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Wir finden es gleich raus. Wir suchen uns jetzt, ähm, die fast forward raus. Fast forward. Da haben wir es. Ähm, wir brauchen, wir brauchen, welche brauchen wir denn? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen, hm, 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 hm. Eigentlich die hier. So, die haben wir. Genau. Ähm, bei RPG-Scenes.js und dann scene-map-prototype.is. Hier, die Stelle brauchen wir. Die Stelle im Code. Ich habe jetzt von unten nach oben angefangen. Ich hätte von oben nach unten, dann hätte ich es schneller gefunden. Egal. So. Ähm, die Stelle brauchen wir. Die kopieren wir uns einfach raus. Kopieren. Mal wieder. Einfach nur copy und pasten. So, gehen wieder in unseren Skript. Und haben jetzt diese, ähm, dieses Stück Code rauskopiert. Jetzt gibt es im Grunde mehrere Möglichkeiten, wie wir das Ganze angehen könnten. Als erstes wäre die einfachste Möglichkeit, natürlich einfach Return auf False zu stellen. Fertig. Dann wird er immer automatisch, wenn, ähm, diese Funktion abgefragt wird, sagen, nein, fast forward ist nicht angeschalten. Das bedeutet, dass es immer deaktiviert ist, egal was passiert im Spiel. So. Das wollen wir aber nicht machen. Wir werden nochmal kurz, ähm, büpp, 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 büpp. Mal kurz in die Plugins gehen, damit ich diesmal nicht den Tippfehler wieder mache. Kopieren wir es diesmal einfach. Wir kopieren natürlich wieder die Function. Oben und unten. Ist jetzt nicht so wichtig, aber wir machen es trotzdem. So. Zack. Und machen das Ganze wieder so, dass das so ein bisschen, ähm, hier, Mensch, wie nennt man das? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr seht es ja, ähm, dass das eingerückt ist. Genau. So heißt es. Gut, jetzt haben wir unsere Function, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall, dass, ähm, genau, dass wir das an- und ausschalten können, wie wir es gerade brauchen. Dazu erstellen wir uns eine Variable, die nennen wir, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, no fast als Beispiel oder wenn ihr es für Menüs haben wollt, nennen wir es einfach menu, etc. pp, ähm, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es jetzt, ähm, ja, wir lassen es jetzt menu, ist egal. Und dann einfach ist gleich und false, weil jetzt ist ja gerade kein Menü offen und fertig. Ähm, weil hier irgendwie globale Variablen immer, mhm, so einen Dollar davor haben. Ich weiß nicht, warum, weil meines Wissens nach ist bei JavaScript eigentlich nicht nötig, dass wir da einen Dollar davor schreiben. Aber wahrscheinlich macht man das halt einfach so. Machen wir das auch. Wir schreiben also hier einen Dollar davor. Zack, bumm. Dollar menu gleich false. Als nächstes gehen wir, da muss ich jetzt die richtige Stelle finden, äh, 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 ähm, so, hier rein. Und, genau. Und jetzt machen wir und, ähm, Dollar, menu und dann war es das schon. Ähm, wir machen aber ungleich, also wir machen Ausrufezeichen davor. Also wir negieren das Ganze ins Negative mit dem Ausrufezeichen davor. Und weil, wenn das Ganze auf false gestellt ist, das Menü, also wenn kein Menü offen ist, dann, ähm, soll er true zurückgeben. Wenn aber, ähm, ein Menü offen ist, also das auf true gestellt ist, soll er false zurückgeben. Also genau das Gegenteil und genau das erreichen wir dann dadurch. Also wenn jetzt das Menü an ist, wird er uns false zurückgeben und dadurch, dass wir, ähm, alles auf true brauchen, also das muss true sein, das muss true sein und, ähm, das muss true sein, alles muss true sein, ähm, und der dann hier auf false ist, wird das Ganze auch false return. Gut, soweit, soweit sollte es klar sein, ist nicht so kompliziert. Denke ich mal. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt können wir das Ganze schon benutzen. Wir gehen in den RPG Maker. Hallo an alle, die sich das einfach runtergeladen haben, das Plugin, und die es nicht interessiert, wie es funktioniert. Ähm, ihr könnt jetzt hier wieder einsteigen. So, wir werden jetzt das Plugin einfügen. Name, no fast forward, Status an, ok, übernehmen, ok. Da ist jetzt keine Beschreibung drin, die Beschreibung werde ich dann für den Download aber reinschreiben. Gut, nun müssen wir das Ganze aber noch aktivieren. Und das machen wir. Wir gehen dazu einfach ins erste Event, was direkt ohne Bedingungen startet, und schalten es dort an. Das Ganze, wir machen das über den, ähm, Script, Dollar, Menu, gleich, True, Semikolon, fertig. Jetzt wird das Menü angeschalten, beziehungsweise, ähm, die Variable wird angeschalten, wodurch, äh, unser Fast Forward, ähm, Script weiß, ah, es ist ein Menü offen. Und jetzt gucken wir mal, und es funktioniert. Ich halte die Maus gedrückt, ähm, und alles passt. Das Problem, jetzt haben wir es ja noch nicht deaktiviert an irgendeiner Stelle. Gerade wenn wir das Spiel starten, müssen wir es dann wieder deaktivieren. Und das machen wir. Wir gehen also hier ins letzte, ins Input-Event. Wir können auch einfach das Ding hier kopieren, dann brauchen wir es nochmal neu schreiben. So, wir gehen ins Input-Event. Und dort habe ich es schon drin, äh, lustig. Ähm, das war jetzt natürlich sehr peinlich, dass ich das da schon drin hatte. Ähm, ich habe es natürlich schon ausprobiert, das Ganze. Und das Tutorial bin ich schon einmal durchgegangen, bevor ich es aufnehme. Ich nehme mir hier keinen Schund auf. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das da jetzt schon drin war. Egal, ihr kopiert es jetzt einfach über Bildlöschen 1 rein. Fertig. Also, wenn die OK-Taste gedrückt wird im, ähm, Menu Index 0, also auf Neues Spiel, dann wird das, ähm, ganze Menu ausgeschalten. Also, können wir hier auch auf Falsch stellen. Also auf Falsch. Gut. Und, ähm, wo ich es dann doch rausgelöscht hatte, das war dann beim, ähm, Laden einer Datei. Das ist das hier. Da machen wir einmal rein über dem, ähm, ähm, Start von dem Menü und einmal da drunter. Einmal werden wir es beim Laden, also wenn wir in den Ladebildschirm wechseln, werden wir es ausschalten, falls jetzt ein Spielstand geladen wird. Und einmal werden wir es nach dem Laden des, ähm, ähm, Spielstandes, beziehungsweise nach dem Abbrechen wieder auf Anschalten. Also das heißt, dass ich jetzt, ähm, quasi wenn ich jetzt hier auf Laden drücke, jetzt ist das Menü deaktiviert, jetzt ist, äh, also jetzt ist die No Fast, ist der No Fast Forward, ähm, Skript deaktiviert und Fast Forward ist wieder aktiviert und wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann ist mein Plugin wieder aktiviert, also mein Skript, mein Javascript. Gut, soweit sollte das klar sein. Ich kann das Ganze nochmal, ähm, nochmal ein bisschen verdeutlichen vielleicht, ähm, indem ich einfach hier noch dazu schreibe, console.log in Klammern, ähm, Dollar Menu, also der müsste jetzt, äh, den Wert von, ähm, von, von der Variable hier ausspucken, theoretisch und das Ganze, kopieren wir nochmal, das Ganze machen wir dann hier auch. Beim Laden, das werdet ihr gleich sehen, dann könnt ihr das gut verdeut- äh, seht ihr das gut verdeutlicht, denke ich mal, wie das Ganze funktioniert. So. Und ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. Ähm, sonst ist da wieder ein kleiner Vor-Effekt. So, F12 für die, ähm, das war nicht das, was ich wollte. Upsala. So, F12 für die, ähm, hier, Konsole. Wir sind jetzt in der Konsole. Einmal True hat er schon ausgeworfen, weil ja bereits, ähm, die Variable Menu direkt beim Laden der Karte, also der Map, auf True geschalten wird. Und, so, jetzt ist quasi das Fast Forward, äh, das No Fast Forward, äh, Plugin aktiviert. Nun gehen wir auf Laden. Jetzt wird's deaktiviert, wie ihr seht. Wenn ich jetzt wieder Rechtsklick mache, äh, Rechtsklick mache oder Escape drücke, wird's wieder aktiviert. Und wenn ich jetzt Spiel laden mache, einen Spielstand lade, wird es nicht wieder aktiviert. Also, dann bleibt es auf Falls. Und jetzt funktioniert die Fast Forward, ähm, ähm, Funktion wieder. Ich kann das natürlich jetzt schlecht, ähm, demonstrieren. Aber in der Theorie funktioniert das Ganze jetzt. Ich hoffe, dass ihr das soweit verstanden habt. Aber eigentlich war das relativ gut erklärt, denke ich mal. Äh, äh, also würde ich jetzt behaupten, und wir sind da jetzt auch relativ schnell durchgekommen, die Konsolen, äh, Befehle kann man natürlich, äh, wieder rauslöschen. Die braucht ihr auch eigentlich nicht. Also, die braucht ihr nicht. Definitiv nicht. Also, diese waren jetzt nur zur Verdeutlichung für mich, um es euch nochmal zu zeigen, dass, ähm, die Variable an- und ausgeschalten wird. So, wie wir es gerade brauchen. Gut. Und, ja, was ich noch zeigen könnte, wenn die Variable nicht auf True gestellt wird, dass es auch trotzdem noch funktioniert. Also nicht, dass das Plugin die Funktion komplett streicht. Und jetzt funktioniert es wieder. Also, wenn ich das wirklich rausstreiche und nicht anschalte, dann funktioniert auch alles ganz normal. Also, Skript, Dollar, Menu, gleich True, Semikolon, und fertig. Mehr ist es nicht. Und wir bleiben bei Dollar Menu. Also, wenn ihr, ähm, das jetzt einfach nur reinkopiert habt, den Skript, beziehungsweise das Plugin, dann wird es auch Menu sein. Also, einfach nur Dollar, Menu, gleich True, fertig. Bumm, aus. Das war's. Gut, Tschüsseli, das war's soweit von mir. Damit ist unser Menü komplett fertig. Ich kann es nochmal zeigen, bevor wir es beenden. Was ist da im Rock? Ist es ein Fisch? Nein, das kann doch nicht sein. Doch, es ist ein Fisch. Okay, ich bin bescheuert. Aber, ähm, das ist unser Menü. Das haben wir gemeinsam gebastelt. Hoffe ich zumindest, dass ihr mitgebastelt habt. Soll nicht euer Schaden sein, denke ich mal. Und alles funktioniert. Gut. Tschüsseli, das war's wirklich. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Tutorial. Ihr könnt ja mal kurz in die Kommentare schreiben, wie ihr das Tutorial so fandet. Dann kann ich mit anhand eurer Kritik vielleicht auch ein bisschen meine Tutorials in Zukunft verbessern. und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Tschüsseli, wir sehen uns dann im nächsten Leben oder wir hören uns im nächsten Video. Das wäre vielleicht besser. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020